Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Turok 2 Wir sind immer noch hier Haben wir überhaupt den Ton? Ja Wer schießt hier? Also der hier Okay, damit kann ich mich gar nicht aufs Wald schießen, ne? Ja, wo? Überall noch? Boah Alter, ich lege Bindelbund Ich glaube, ich bin nicht besser Geht doch Wo ist das? Ja toll Bestimmt hätte ich da auf Emse springen müssen oder so Okay, geht nicht, muss hier bei einer anderen Seite kommen wieder Komm schon, aber hier lag ja noch was Geht doch hier lang Wo wusste ich das? Er war ja ein Feind, wie ich weiß Glaube ich Wie so ein Shopding oder sowas ist Sei gegrüßt, Turok, wie kann ich dir helfen? Mit allem Verbesserte Gesundheit Zusätzliche Munition Speichern Spielstand gespeichert Ja, schon würdig Hab ich 500 Von allen Geht doch Jetzt gehe ich fort drauf Noch so ein Tag Bogen oder was? Oh 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 Okay Oh Muni So weit war ich aber jetzt noch nicht im Spiel In Gesamt In Gesamt Ich muss schon sagen, da sieht irgendwie geil aus wie die Die Stelle hier Er spielt übrigens auch normal die Fähigkeit Er spielt übrigens auch normal die Fähigkeit Er geht auf und dann kommt eine riesen Dino raus Da wärs ja Oh, da kommt erst eine riesen Dino raus, wenn ich hier drücke Ich werde aber Ich werde aber Zwei Scheißer Oh was Ne Was hat er hier bewirkt eigentlich, der Scheißer Wenn ich hier umzuländer Irgendwie in der hd macht, wo ich umzuländer braucht das ja eigentlich Also mit hochladen und weniger Videos Deswegen mach ich auch nur Turok so Äh Gegenwechsel Alter Ist das einer? Keine Ahnung Besonders die Falle ich ja mitnehme Hier rumgehe Und die Falle nicht einsammeln kann Wir haben hierbei ein richtig schlechtes Gefühl Wenn ich das ja schon so sehe Mit Schussbalkan oder was das ist so eine riesen Tür Die 80 mal so groß ist so wie ich 80 mal bestimmt Kann man die näher? Schade Der Vorjahrsmacher Bälle speichern Der Vorjahrsmacher Wo ich die Bräuchte ich auch so unbedingt. Okay. Keine Musik. Die ganze Zeit glaube ich an sich nicht. wo her klar aus und an der näher diese einzige blind spieler sich als spieler bisher bisher spieler erhält was war und gerne aufnehmen das war die erste die mittelteile erst bleibt sein und das ist ja schon fast am anfang nein nicht gerne die erkunden bitte bevor ich irgendwas einfach hier aufmachen nein nicht weh wo kann was gehört hier auf schalte wie soll ich ja bis jetzt auch nicht wirklich schwer auf normal da we got we're we're some time Oder kannst du doch durch Feuer gehen und dann irgendwie wehtut. Wo ist der? Oh. Komm doch. Komm doch. Komm doch, du Scheiß. Äh, okay. Und logisch war egal. Lange Erbruch stirbt. Ist alles okay. Dann ist ja alles okay. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Okay, okay, da ist der Hebel. Da kommt man hier dran. Da kommt man hier dran. Mit Benio diesen Pack wieder. Und ich sage... doch nicht schau. Weil ich nur aufnehmen kann. Da schneide ich es nicht raus, was man im Hintergrund gehört hat. Ich bin auch schlau. Ich bin jetzt nicht drauf gekommen. Scheiße. Scheiße. Oh, fuck. Geht's doch schneller. Mach doch Henne. Oh, fuck. Schnell weg davon. Ich bin jetzt auch. Die sind immer so schwer bewacht. Ach, das hätte ich ja auch nicht gedacht. Komm doch. Ich muss mir einfach selber helfen. Na. Oh, gut geht. Äh. Fuck. Egal. Dann ist ein Spiel. Aufräumtes. also er strömung das hier nein guck du miss ding ein wenig wo ich hoch hier du du mieses kind und erwachsen alter war keine wand zwischen da war doch gar nichts zwischen die marie ordentlich der lang ja schön würde das mutter ripps auto nicht doch muss ich stehe ich bin ich unterfalle beichern ich finde ich alles hier zu bachte geht